Wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved und mit dabei ist der DOSCH von Teppopatica wenn ich mir jetzt den Lab-Kur da anhören kann ja schön schön wenn man solche Freude hat ne schön wenn man solche Freude hat ne was wollte ich mir jetzt eigentlich hier ach so ich will die Maschinen abholen genau und ich wollte Kabel ne warte mal ich brauche erstmal Kabel mach du erstmal Kabel ich mach mal Wounds of Augmented Capacity warte mal schaun wir doch einfach mal was Thermal wo sind wir denn hier Thermal Panschinen dein Nemex genau Letstone Energy Flux Dark 211 äh wo hab ich meinen Blut auf ah da mythisches weiß ich infinite genau okay die verbrauchen sich die Buckets Elektrum machen wir so einfach mit Redstone Energy Flux Darks ne würd ich sagen würd ich sagen die sind halt relativ günstig sag ich mal ja brauchst du bloß ein bisschen Elektrum Harden Glass oder Fused Quartz so 6 Minuten auf Augmented Capacity dann bringen wir die doch mal direkt an äh okay was 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 es ist ah wie kann ich das ah verdammt das kann ich nirgends woanders machen ich bräuchte ne Lois melder war nicht gut dass ich die ähm schon sofort mache oder ja war nicht gut dass ich die sofort mache die Runes oder ne ähm es ging darum ich wollte ja Kabel machen also Runen kannst du machen wie du willst welche machst du denn jetzt mal so gefragt ich hab jetzt erstmal Augmented Capacity gemacht und ja Capacity vom Altar ist schon mal auf 22.000 hoch ja ähm musst mal gucken wie viel das pro Runen ist das kann ich dir jetzt so nicht sagen das pack ich jetzt erstmal hier rein das kann man aber testen 22.000 sind drin äh warte mal wenn ich denn hier ich brauch neue Puckets ja probieren wir es einfach mal kann ich mal aber dir den Lois melder äh benutzen natürlich nicht ah danke bitte ja ich glaub es wäre schneller wenn du her zu mir kommst was brauchst du denn ein Lois melder ich brauch äh Fused Quartz na äh äh ne warte mal was brauch ich ok also Hartenglas oder Fused Quartz ich schmeiß dir was Quartz rein ok ich dank dir ich mach den mal äh ich mach den mal äh weißt du hier sitzt man einmal schnell unterwegs du faules Stück ne ne es dauert bloß ewig ja das dauert nur ewig ja wir können wieder diese Billing ausreden so hab ich überhaupt Elektrum was soll ich jetzt auch noch machen oder wie ne warte als Elektrum das weiß ich das kann ich über die Schmelze machen also eine Runde gibt übrigens 2000 LP für was ja cool es geht nicht über die Schmelze probierst du es einfach mal Gold und Silber war das gell doch weil die Schweizer sollte es eigentlich auch so machen wir erstmal wer bist du so während das jetzt gerade läuft schau ich mal jetzt schnell nach ich wollte mal schauen was ich für Tier 4 vom Altar brauche könnte ich ja vielleicht schon mal anfangen oder weißt du das gerade noch so aus dem FF bitte? äh aus dem FF so der Blutaltar ja das ich für Tier 4 brauche was du für Tier 4 brauchst ja äh Beagons glaube ich da kamen doch schon die Beagons ach ne da brauchst du die Blood Runes äh die Steine meine ich Large Bloodstone Bricks äh wo haben wir die denn? Large Blood ja Blutschleine genau das waren die Blutschleine ich brauche einen Big Bloodshot dafür ja also brauche ich jetzt schon die Bound Blade oder? äh ja oh Gott wie kommst du denn mal an das Schad dran das weiß ich gar nicht mehr Binding Ritual also brauche ich brauche jetzt also die Ritual Steine ja liegt drum geht doch ja genau also brauche ich einen Master Ritual Stone ok dafür brauche ich Ritual Stone ach du scheiße ja gut nein ähm direkt abgezogen ja gut dann war ich schon mal gerade hier ach das ist ja genial ich hatte mir mal hier oben an die Deckel ungefähr über dem Elevator hatte ich mir mal Nitor hingestellt ja ja das siehst du nicht wegen dem ähm da ist doch genau ne he he du brauchst einen Nitor? Moment ne danke das platziere ich jetzt einfach mal ne komm weißt du was ich weiß wo ich das hinsetze ja komm mach hin ich brauche Elektron ich bin reich ich verteile über meinen Boden Goldmünzen 124 Elektron so wenn wir den Sequencer einfach wieder ja der Sequencer da komm ich irgendwann mal später drauf ein bis ich wirklich auch genau weiß wie das Ding ähm weiß ich ungefähr wie das Ding funktioniert aber ich kann es schlecht erklären ach der von der F-Tools ja genau hm der Sequencer ist quasi ein Redstone Clock hier habt ihr noch ähm manual wie er hergestellt wird und was dann eben hier once once cycle once when Pulse arrives ignore further Impulse ne Pulses start on Pulse loop continuously ignore Redstone restart on Pulse while Redstone's signal is on while ähm if signal is down stay at the end step und der restarted step through cycle one by one da kannst du hier dann eben enable disabled da kann man verschiedene Muster machen also kannst du dann quasi mit dem Ding morsen äh Ritual Stone will ich grad mal auf schauen ja ich muss jetzt mal zu dir alter so weit ist das eigentlich gar nicht aber trotzdem dauert immer so lange ja warte ich kann jetzt grad rüber kommen mit dem Quarz ja gut dann verlieg ich wieder zurück nehm ich grad bis zum ersten Baum gekommen nehm 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 reichen 16 oder ja dicke erstmal weiß das lustig wäre wenn ich dich jetzt noch überholen würde hast du nicht bist du sicher ja ich bin eigentlich schon gerade in deinem Turm rum ja ich war aber schon wieder im Lager ja 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 mach ich danke es war nur zwei ja ich wollte eigentlich den Rest über der hier runter werfen lassen naja cool dankeschön bitte und tschüss und tschüss so bei den S sag jawoll sehr gut ich liebe das Jetpack ne ich liebe das Jetpack ne hast du schon mal gesagt glaube ich ja echt ich bin mir gar nicht sicher ich höre die ganze Zeit ich liebe das Jetpack äh ok man hätte sich ja vorbereiten können ne ach quatsch ich schaue jetzt gerade lieber live in der Aufnahme nach wieviel ich für so einen Ritualplatz brauche ja wo sehe ich jetzt Blood Magic Ritual ja cool dann haben wir bald die ersten richtigen Leitungen für unseren Reaktor ja cool wir können bei Weitem jetzt natürlich erstmal mehr abziehen als äh transportieren als der Reaktor produziert aber das wird sich dann hoffentlich auch irgendwann mal ändern ich sehe hier gar nicht ich denke so wie ich ungefähr mit dem Ritualen hinkomme also du brauchst erstmal das große Schwert ja um so eine Blood Chard zu bekommen musst du einen Dämonen beschwören jetzt glaub ich Moment vielleicht find ich das bei Bounce Forward Virtual Love Buying? ja das brauchst du auf jeden Fall dann brauchst du ein Diamantschwert glaub ich ah ok ja ich hab es gut ich brauche ich brauche 1 ich brauche 1 ich brauche 8 Ritualsteine auf das sollte ja eigentlich gehen das Obsidian habe ich dann noch Reinforced Slade ok ok wir haben hier auf dem Mod Pack äh im Mod Pack leider da leider eine aber das geht nicht verdammt nochmal doch das geht sagst du was ok ich brauche auf jeden Fall 8 davon ich brauche schon ob es geht brauche ich mal da hinten eine Workbench mach dir mal eine dafür komme ich dir jetzt aber nicht rüber geflogen ne warum nicht du vorsichtig ne bitte ach nix äh ok nein ich brauche noch ein Master Ritual Stone äh weißt du dieser Ringe außen rum das geht nicht verdammt nochmal ach ist doch zum ja blöd ja das bist du ich wollte es ja nicht gesagt haben ach man eh äh kurze Frage ich brauche für den ich brauche einen Master Ritual Stone und dann außenrum war das nur Ritualsteine ja und da bräuchtest du aber noch ein bisschen äh Kreide musst du dann erstmal die Ritualsteine anmalen die Kreide weiß ich das geht mir grad einfach nur um den Aufbau ja du baust einfach nur die Steine dann auf und dann malst du sie an gut muss das eine Oberfläche sein kannst du auch ohne ähnlich machen okay aber ich würde es in der freien Himmel machen okay ähm auch hier struktural let iron äh iron nuggets und dann dann brauche ich da noch ein bisschen mehr wie viel kriege ich hier raus vier okay okay aber warte ich mach jeweils bald hier alles fertig wie sieht das aus bei Blut jawohl das geht super nein da haben wir doch die Fassaden drin Mensch werden bloß im Endei nicht angezeigt hm okay ist aber gar nicht verkehrt ich hole den Schalter um den hier sind grad genug Villager ja wunderbar das sieht schon viel besser aus dann kannst du dann immer durchgucken hier cool ja schick schick ähm wo holen wir die Kabel raus das ist so die Frage ich würde sagen vom Power Tab hehehe 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 god Dominik reicht ne reicht nicht ach ich finde es immer wieder schön dass ich meinen Ruf als geistig gestörter aufrecht halten kann ja das kannst du tatsächlich hey du wolltest dieses Projekt mit mir machen ja ich frage mich immer noch warum hehehe hehehe wo warst du da nicht da ah guck mal da ach ich habe es jetzt auch letztens schon mal in der Folge mit dem Lex angekündigt ich kann es einmal gerade hier sagen der liebe Lex und ich werden bald auch mal zusammen auch noch mal ein Projekt haben oh ja und zwar du hörst ja quasi so damit auf mit dem HQM's wir fangen damit an ah cool ja und wir fangen jetzt mal mit einem schönen Projekt namens Galactic Science an auch nicht schlecht ja kennst du das? ne ähm ich nöge es so aus Space Arts Army ihr wollt zum Mond Galactic Science zu Status auf dem Mond ah cool auch nicht schlecht mhm also ich habe mir das Modpack mal angeschaut das ist echt cool ok vor allem finde ich wird es in dem Sinne mal schwieriger weil du auch gar nicht zurück auf die Erde kannst oh das ist nicht verkehrt ja also Luft aber ich kann dir direkt sagen ne das wird richtig schwer auf dem Mond ich hab das schon mal angezockt also es ist schon schwierig wenn ich ehrlich ja vor allem weil der dann auch wieder die ganzen Ärzte über XP Hilo kriegen musste und so weiter ja gut ich meine aber wenn es einmal läuft dann läuft es ja ich meine Luftversorgung gibt es da auch also das ist kein Ding also das sind standardmäßig da eine kleine Luftversorgung ja also so ist es nicht so ja cool Ritual Stone äh ja komm ich mach schon direkt den Master Ritual Stone fertig ähm ja mit einem Obsidian geht es so gut ja geht es wunderbar ja so 4 Obsidian halt so ne Obsidian Spelz haben wir auch noch nicht angefangen ne äh Obsidian was so ne Obsidian Fabrik ne brauchen wir die langsam bräuchte ich mal was Obsidian aber bisher geht so ok ok Master Ritual Stone hier 1 2 1 2 1 2 1 2 ok dann mach ich einfach nochmal ein paar von den fertig du 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 ja genau Wartezeiten Überbrückungs Melodie du bist wie ein Typ der einzige Ware ja definitiv so Was brauche ich denn? Ich brauche Air, Water, Fire, Earth. Äh, die brauche ich, das sind so Werkstorge mit einer Durability, die in Scraping Tools, oder? Ja. Okay, Alter, fängt schon lustig an. Eher eine Ghast hier. Ja, das geht, das geht auch. Wir haben eine recht niedrige Durability, aber du kannst hier irgendwann mal so einen Ritualstein bauen, mit dem du dann einfach nur das Ritual aufbauen musst, musst dann bloß noch draufklicken und dann passt das auch. Okay. Also da muss ich ihn nicht einmal wieder anmalen. Richtig. Ja gut. Ich werde aber auch eh irgendwann nochmal im Garst ein paar Nesser fahren. Im Nesser ein paar Garst fahren. Ja genau, mach mal im Garst ein paar Nesser. Ja. Wunderbar. Hier fehlt noch ein bisschen Licht, würde ich sagen. Jetzt kann ich noch eine Fackel sein. Ich habe noch eine Fackel rumliegen. Kannst dir abwohin kommen. So weit kommt es noch, ne? Ja, klar. Also ich finde es schön, dass du gerade produktiv am Arbeiten bist, ne? Ja, bin ich auch. Weißt du, was ich gerade machen bin, sogar? Ja. Ich halte immer so ein bisschen ganz kurz rüber auf den Bildschirm. Schau, ob die Platte schon fertig ist. Jetzt sind wir jetzt erstenspiele ich auf dem Handy gerade Pokémon. Gott, und das während der Aufnahme, ne? Ich kann ja eh nicht so nichts machen, außer auf diese scheiß Platten warten. Oh. Das war jetzt der Stau. Hey, der Witzka. Du bist ein Typ. Echt? Hey, der Witzka. Herr Kapitän. Ah, guck mal da. Ja, komm mal, lass mal nochmal ein paar Welle laufen. Wie sieht jetzt eigentlich hier drüben aus mit der... Uah. Alter, bald fast 100 schon von den... Juhu. Genau. Creeper. Super. Yay, Creeper Party. Yay. Echt klasse. Ich hätte besser mal mit dem Schwert drauf gehauen, als da mit dem Bogen versucht drauf zu zielen. Ja, das hätte was besser klappen können, ne? Mhm. Baum hier fällen, verdammt normal. Ah, das mache ich später. Weiß, was ich auch schon gezählt habe. Was denn? Man kann die, äh, Blood Wounds und so weiter mittlerweile auch schon chisseln. Ach jo. Äh, so. Hier oder? Hm. Hm. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob du das weißt. Weißt du, dass man sich im Nether mit Wasser löschen kann? Hm. Das geht sogar, das geht mit dem Vanillatrick. Echt? Ja. Okay. Hätte ich ganz ehrlich gedacht, dass du das wüsstest. Ich glaube mit dem Cauldron geht das? Ja, Cauldron und Wasser rein. Ja, cool. Habe ich nämlich letztens mal, ich hatte mal so ein bisschen Langeweile und hab mal hier auf einen von diesen ganzen großen Servern hier so mal hier dieses Warp und da mal gespielt. Was hier die großen YouTuber mal ab und zu mal machen. Mhm. Weißt du, da gehe ich so in den Nether und sehe ich nur, hä, was denn das? Wieso platzieren die da einen Cauldron? Dann später sieht er nur, wie einer am Brennen ist und da reingeht und auf einmal gelöscht ist. Ja, cool. Das ist nicht verkehrt. Ja. Direkt danach wurde ich von hinten weggemoscht. Warum das denn? Äh, Varo, das ist einfach so PvP. Achso, okay. Oder wie so bestimmte YouTuber sagen, Ö, mein Qua von PvP hat gar nichts mit deiner zu tun. Holger hat es hinter sich, zum Glück. Wieso, magst du es nicht mehr mit mir aushalten? Nee. Ja, okay. Tschüss. Ja, gut. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Glaubt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.